Der Block ist das, was im Weg ist. Ja, wie gesagt, der Block steht mir einfach im Weg. Das war mir irgendwie klar. Und irgendwas hat der Block auch mit. Machen wir mal das hier. Ich bin nicht richtig gut betroffen. Okay. Ich hasse das. Alles klar, Fischi. Gib mir meine Rüstung. Dankeschön. Bye-bye Senpai. Sehr schön. Und wie komme ich jetzt da rüber? Das da war doch nur eine Kiste, ne? Du bist nur eine Kiste. Da ist ein Enterhaken. Kann ich mich an die Seile, an die Netze ranziehen? Oh, warte mal. So, und dann gucken wir mal. Da ist ein Ding hin, da ist ein Ding hin. Vielleicht war ich zu langsam. Das ist eigentlich die Idee. Vielleicht war ich zu langsam. Aha, ich war zu langsam. Und warum geht's da unten lang? Weil der Schalter ist... Nein, nicht! Ich hasse Eisphysix. Fuckin' Eisphysix. Niemand mag sie. Niemand. Ohne Witz. Versuche halt gerade das Vieh zu treffen, was auch nicht gerade sinnvoll funktioniert. Aber wozu eigentlich? Gucken wir uns das mal an, was hier drin ist. Haha, Rowine. Cool. Das ist ein bisschen nervig. Okay, den kann ich nicht abschießen. Never. Nebur. Aber du kannst da noch zehnmal hinfliegen. Das ist mir egal. Ene, me, ne, mu. Feuerpfeile. Brauch ich nur... So, einmal nach... Da. Es war so klar. Aber passt. Ich komm rüber. Wurzert knapp, aber ich schaff's. Warum ist der manchmal so unkaputtbar? Versteh ich nicht. Money. No money. Pot. Mit Magic. Okay. Lass mich raten, in dem Pot sind dann Pfeile. Nichts fallen, okay. Boah, wer braucht schon Pfeile. Quatsch. Äh. Da. Ich seh halt nix, wenn das Feuer alles... Ich möchte gerne den Schalter darunter unten. Ich möchte gerne den Schalter darunter unten. Ich muss auch wieder hoch. Ich muss auch wieder hoch. Ja, ich weiß. Spiel. Ich hasse das. Wird wieder getroffen? Hm, ne, auch nicht. So. So. Hören wir das zuerst mal. Ich wollte die Pfeile securen. Und ich würde gerne dich nehmen. Oh, gibt kein Magic. Ach, Quatsch, die Truhe ist da ja noch. Das ist ja praktisch. Nö, 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 nö. Da sind die Handschuhe, die ich brauche. Okay. So, mein Problem ist, ich brauche jetzt, glaube ich, trotzdem noch mal so ein Ding. Das heißt, ich muss den Todes-Snipe machen, ohne irgendwas zu sehen. Geht doch. Ach, Quatsch. Wir wollen ja die... Spinnweben. Ich habe es vergessen. Ach so, für dich brauche ich einen Hammer. Okay. Ja, Hammer. Alles klar. Oh, cool. Ja, hätte ich das gewusst, dass der Schalter da unten bleibt, hätte ich mich auch nicht so beeilt. Weil ich glaube, von da unten vom Schalter hätte man sich locker hoch zur Kiste ziehen können mit dem Haken. Aber ist okay. Also, Rabi, der war auch nicht wirklich schwer. Er war ein bisschen zum Nachdenken, ja. Aber ich würde nicht sagen, er war schwer. Okay. Guten Tag. Das Schatten-Siegel ist gebrochen. Bitte rette die Prinzessin. Okay. Wir are going to rescue Prinzesses. Und ich muss mal eben alles dann machen. So, Mini-Panzers. So, jetzt kann ich ja das Feuerding machen. Jetzt habe ich ja die Handschuhe. Äh, was haben wir gelernt? Ich brauche für das Feuerding den Enterhaken. Und ich brauche die anderen Schuhe. Schmeichern ist auch nie verkehrt. So. Ach, ich habe die falsche Rüste, Mann. So. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 2. Was? Wo war da mein Spider-Link? Kurios. Ähm, okay, aber dann machen wir jetzt erstmal den Blödsinn hier mit dem Stein. Gucken, was der mir bringt. Der Miluk. Und jetzt? Und danke schön, dass du mir den genau da hinlegst, dass ich da auch schön lange springen kann. Das ist gut. So. Da ist einer. Okay, das ist auch natürlich sehr interessant. Okay. Interessiert mich nicht. Das tut es aber ein. Manchmal hasse ich das. Manchmal hasse ich das. Ich weiß genau, was ich in den Raum tun muss, aber... Banane. Nervig. Beginnen sie erst den hier holen. Dann holen wir den hier. Okay. Dann holen wir den hier. Ich hoffe, die Animation ist nicht wieder so endlos lang. Doch, ist sie. Ja, Gratulation. Du kannst den Stein hochleben, Link. Ach, Quatsch, Long. Who the fuck is Link? Okay. So. Haben wir es dann? Okay. So. Nein, 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 nein. Oh, die Tür ist auf. Okay. Ich verstehe, wo das Problem lag. Ich hätte die Schuhe ausziehen müssen, in der Theorie. In der Theorie. Ist das immer nur ein Raum? Anscheinend. Bluts, Bruder. Das Feier-Siegel ist gebrochen. Mal nicht, Bruder. Oh, yeah. I'm on my way. Du rescuierst das Brenntl. Rabi waren Feuer und Schatten die schwersten, echt? Also bisher fand ich beide relativ einfach. Warum soll er die Panzers behalten? Ist doch voll sexy. Haben wir jetzt alle hier oben? Moment, woran erkenne ich welche? Also die, die noch hinführen, muss ich noch machen, richtig? Ich bin verwirrt. Aber ich glaube, das ist so. Aber ich muss trotzdem mal eben pinkeln. Es tut mir leid. Ich wollte, ich bin an der Pissnack haben. Aber es geht einfach nicht anders. Bis gleich. Ich möchte mich nicht mehr.